Ich darf jetzt einfach rum. Ich hab bloß nen Crossbow. Weißt du wie ich mein? Hier steht er. Hit. Da steht ihn auch hier. Kommt, jetzt kommt, jetzt kommt. Ich hab den jetzt kaputt. Ich bin tot, aber ich hab den mit der Axt kaputt gemacht. Der ist voll, Alter. Der hat Militärung voll. Wie geil. Scheiße, nehmt den Loot mit am besten. Was sagst du? Ich sag hier, du bist in der Kirche. Oh mein Gott, ich hab ihn. Bam.